Ich hab die Bots vergessen, oh mein Gott. Ich hab die Dateien gerissen. Warum, weil ich sie jetzt Idioten oder Bots genannt hab? Mischillig, hallohi, wie geht's dir? Nein, Mischillig. Er sagt einfach nein. Geh mal Bier hol, Laura. Du wirst schon wieder hässlich. Du hast es nicht geschafft, Marco, oder? Nee, ich bin am 2.15 Uhr. Hey, Anni. Was denn? Ich kann ja nichts dafür, wenn du mich anpumpst. Aha, ist schon soweit? Hoffentlich entsteht da nichts draus jetzt. Nein! Ich komme hinter den Schein, weil ich lege einfach durch die Mitte. Können problematisch werden. Ja, ja. Also Marcelo, würde ich erst mal da fragen, ob das überhaupt okay ist. Hallo, mein Vater hat mir beigebracht, bitte lieber um Verzeihung, also mal auch, ne? Uh, ich glaube, das ist so ein Thema. Heutzutage kannst du das nicht mehr bringen, stimmt. Direkt Anzeige raus und so. Ja, ja. Das gibt ne Anzeige. Das gibt ne Anzeige. Das gibt ne Anzeige. Aber damals, als wir Frauen beim Flirt noch in die Augen gucken durften. Alter. Alter. Ich fall halt schon wieder runter, willst du mich verarschen? Du rechelhauen in der Qualität. Scheiße. Hast du verdient. Ach, du hättest jetzt die Schnauze. Du hättest dein Schnauze. Nein. Doch. Er will mich mundtot machen. Hast du recht, oder? Wer ist überhaupt dieser Motorhead? Kenn ich nicht. Ja, guter Musikgeschmack. Mach mal Platz hier jetzt. Du kannst alles haben. Wer ist es? Verrat sich nicht. Ein Geheimnis. Oh. Anni, du hast Geheimnisse von uns? Ja. Wie besser ist. Das heißt, okay. Ja, Babyhann, das musste das schon mal am eigenen Live-Infekt haben. Und danach noch nen Stern. So schaut's aus. Ist das jetzt gut, oder ist das schlecht? Nico, tut mir leid, die blaue hast du echt nicht verdient. Marco, nein. Mach keinen Faxen. Vor allem, er fängt an zu singen. Mach keine Faxen. Die FIA fährt mit, ja. FIA oder PIA? Nein, nein. Ich hab gedacht, ich hab dein Geheimnis gelüftet. Aber, ähm, Riyot, du hast die größte Eikel. Oh, krass. Was? Bei Marvels und Streamen, was denkt ihr schon wieder? Jetzt noch. Na ja, wenn du mit so nem Ding um die Ecke kommst, aus dem Kontext gerissen. Ja, wenn du mit so nem Ding um die Ecke kommst, ist auch so ein Ding, Babyhann. Ja, das ist schlimm hier. Warte doch mal nen Moment. Er hat die größte Eikel, sie kommt mit dem Ding um die Ecke. Mein Gott. Was, was willst du hier noch alles machen? Babyhann kommt auch mit so nem Ding um die Ecke. Der Beauty, ich wasch ihn jeden Tag. Komm, Babyhann. Mögest du trotzdem irgendwie da zu werden? Oh, meine Banane wär auch gut gewesen. Haha, Babyhann. Oh, ey. Das wär jetzt schon wieder C-Kurs. Wird bestimmt C-Kurs sein. Es sind alles ganz nette Menschen. Ganz nette Menschen hier. Muss man sich noch oft genug sagen. Es ist wie so ne Selbsthilfegruppe hier. Ganz nette Menschen, du machst das freiwillig, du... Ich bin nicht verrückt! Boah, Britta, du Sackzig, du Elend. Du Rett! Geh doch weg! Dafür ist du... Du hast eine an der Murmel. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist auch richtig. Junge, sag ich. Bibi, Entschuldigung. Junge, wie du wieder aussiehst. Löffel an den Oharm, was? Falsch gedriftet. Kann ich. Die Bananen sind aber nice gelegt, muss ich zugeben. Die Grüne. Kommst du eigentlich in irgendeiner Art und Weise an Karten fürs Erste Konzert in Berlin, oder eher weniger? Ja, weniger. Ach, schade. Ich hab mein Glück versucht. Schatz! Die schafft's, hat dir keine Connections. Ne, ich wär mit nem Kumpel gegangen. Ah, mit mir find ich aber nett. Ne, mit nem Kumpel. Kann dir mal jemand rausziehen? Kann dir mal jemand rausziehen? Das war deutlich, würde ich sagen. Verloren! Boah, die Bombe. Ganz in der Linie, ey. So Leute, mit denen man gerne seinen Teil verbringt. Hey, der Nik hat mir ne Bombe gedroppt, also werd ich mich doch hier wieder wehren, oder? Nein. Boah. Drück mal die Enter-Taste. Mach ich. Warum ist denn ein Pirat? Was macht denn ein Pirat am PC? Er drückt auf die Enter-Taste! Nein! Nein! Geht doch echt da, als hätte der wirklich einen geritten, Alter. Ja, der war von sich überzeugt, verdammt. Ja, der war aber vorher, glaube ich, noch nie irgendwie wirklich mit Menschen in Kontakt. Bro, lass mich doch mal fahren. Einmal runtergefallen und gleich zwei Rote danach. Nein! Doch! Wie du Schnorrerin. Was willst du? Ich bin auch unten gelandet. Das ist mein Windschatten gewesen. Ja, heul, leiser Chantal. Du darfst mir doch nicht meinen Windschatten nehmen. Hallo. Hallo. Alter. Von wem an die Grünen im Tunnel? Von mir nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich darf nicht. Ich darf nicht. Ja, stimmt. Das ist Geheimnisse von. Hui. Ja, noch 300 Rote, ey. Jawoll, der war jetzt reich. Alter. Das bestimmt nicht. Nicht du. Ey, C-Core. Schau da drüben. Genau, danke. Fuck, fuck. Grüne. Grüne Backshot. Ey. Und schon bin ich wieder Zehnter. Da geht die Pumpe, wa? Ach, du bist mal ganz ruhig. Na. Oh, Marco, du. Räuber. Ist seine Lieblingsband. Ey, der kriegt den besten Spitznamen, ne? Alle sind so Pissneck und sowas und er ist der Räuber. Ja. Silke, wo wir Dolen sind? Das ist ne Bote, das ist ne Bote. Das blieb du von Alter. Alter. Oje. klar aber nur für ums eck komm schon natürlich danke danke immer nico spricht nicht mehr dann wird sich verder gut das ist wie bei marcel ja ich sollte glaube ich auch wieder raus die blaue kam einfach zu spät zweiter ich fühle mich langsam wie der genie in der flasche wie der gin in der flasche weil er darf ja auch nirgendwo anders doch in deine kehle kannst du mir nicht einen socken schenken schon echt faulty also kann ich es wird dich kriegen in 100 jahren von den wachen von schaden und den wachen von winifu oder für ich bin mir ziemlich sicher dass bald auch mickey mouse rauskommen nachdem die lizenzen ja frei sind die tiere den wald verliefen ja warum eigentlich immer hohe so nicht mal nicht ach marcel es gibt ja genug lustige filme und rio willst du etwa mitspielen der schuldige möge dich melden ich weiß nicht was feuer auf marco was bekenne mich schuldig ja ich würde gerade sagen im zweifel fall immer die bibi ja ja immer okay im zweifel fall immer der c-chord besser moment 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 so kälte nein dass wir sind die drin aber ist er jetzt erkältet oder nicht also aber vielleicht hat die schnauze voll das kann schon sein ach so ja das kann sein kann ich verstehen kann ich verstehen hui hallo brauche ich eigentlich nur hier rein wenn ich mitspiele du bist gesonder also du bist gesonder also du bist vor an ihn vor an ihn noch er zippte das spiel ja oh mein gott du spielst definitiv zu wenig ich bin ja schon besser als du oh lenzo nico auf eins motorherd auf drei marcel auf vier bibi auf fünf anji auf sechs marco auf sieben jordan auf acht john auf neun und rio hat fünf punkte abgeräumt im letzten rennen